Das ist mein Dienstwagen. Und das hier, das ist ein sogenannter Fledermaus-Nistkasten. Sag mal, bist du verrückt geworden? Bei mir wird nicht begrast. Hey, langsam. Ich hab doch wirklich ein paar Bauern. Das ist mir egal. Das ist Ihr Staatswald. Du hast hier nichts verloren. Nur verdammt nochmal, wozu sind Sie mit dem Revierförster hier befreundet? Wenn wir den auf unserer Seite hätten, haben wir aber nicht. Spielen Sie, Schaf? Ja, gerne. Natürlich. An Halle. Der gemälde der Waldmannsbreite zu schauen. Starke Rauchentwicklung. Der Windschutz aus Rüffnungswesten. Herr Bubolz, bitte melde. Herr Bubolz, habt Sie gesehen? Ich bin unterwegs. Schauen Sie mal. Den haben wir gerettet. Die Windschutz aus Rüffnungswesten. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020